Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Ja, so hallo Leute, heute machen wir wieder einen Fahrfilm und zwar heute präsentieren wir euch die 218 463-8 von Rocco, die neue Maschine in Orientrot und mit verbessertem Sound. Das werden wir euch heute alles vorstellen. Die Lok wird dann, nachdem wir die Einzelfunktion vorgestellt haben, einem Interregio vorgespannt. Epochengerecht. Viel Spaß damit, ein Like und ein Abo nicht vergessen. Ciao. Epochengerecht. Epochengerecht. Das war's. Bitte einsteigen und Türen schließen, vorsichtig bei der Abfahrt. Das war's. 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 Das war's.